In der Ehe von Anna Maria Fatschichi und Rapper Bushido wird es so gut wie nie langweilig. Grund dafür sind nicht nur ihre acht Kinder im Haus, die immer für Action sorgen. Auch das Paar selbst zeugt mit seinem ausgeprägten Humor für reichlich Spaß im Eheleben. Nach zehn Jahren Ehe scherzen die zwei wie Teenager, was eine Instagram-Story von Bushido beweist. Der 44-Jährige versteckt sich hinter einer Tür und wartet geduldig auf seine Frau. Als Anna Maria durch die Tür kommt, erschreckt er seine Liebste. Die 41-Jährige hat ihren Mann hinter der Tür nichts erwartet und fasst sich ans Herz vor Schreck. Bushido kriegt sich bei der Szene vor Lachen gar nicht mehr ein. Anna Maria muss den Schreck zwar erst einmal verarbeiten, kann sich aber auch selbst das Lachen nicht verkneifen. Gemeinsam lachen sie über den fiesen Scherz des Rappers. Wie heißt es so schön, was sich liebt, das neckt sich.